Skitouren gehen ist eines der schönsten Dinge um den alpinen Bergwinter so richtig zu erleben und zu spüren. Einfach wunderschön. Aber bitte denkt immer dran, safety first. Also geht es nur, wenn ihr genug Erfahrung habt. Oder geht es mit guten Freunden, Bekannten, die sich auskennen. Checkt den Lawinenlagebericht des Wetter. Checkt die Tour, wo ihr hinwollt. Und ganz ideal, bitte informiert euch bei den lokalen Bergführern. Das sind einfach die Profis am Berg. Und die zeigen euch vor allem sicher zu den schönsten Plätzen bei uns. Viel Spaß und Hurra die Gams!